Ich finde es befremdlich. Ich habe es nur so ein bisschen im Rand verfolgt. Gestern mit einem Foto mit dem Logo und in fünf Tagen ein neuer Schritt und die Tage runtergezählt. Die ganze Fangemeinde hofft von früher, ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Barrierenfan, die ganze Fangemeinde einfach hofft, dass er hier einen höheren Posten bekommt und dann einfach nur das quasi als Werbeplattform genutzt hat. Und das finde ich überhaupt nicht praktisch. Also ich finde es nicht gut. War nicht so toll. Man hätte da irgendwo irgendetwas anderes oder irgendeine andere Plattform nutzen können als dieses ehemalige Vereinslogo. Und für den Wappen im Hintergrund dann sowas zu sagen, also eigentlich ein schlechtes Image von ihm auch. So ein bisschen zu veralbern oder auch die Fans vor allen Dingen. Kann man eigentlich gar nicht gerade bei ihm nachvollziehen, weil er auch immer 100% FC Bayern war und dann dieses, also ich nicht viele Freunde gemacht habe. Also er ist ja schon noch ein Teil des FC Bayern, auch der Geschichte und da kann er das ruhig mal für sich nutzen, meiner Meinung nach. Er kann immer noch mit dem FC Bayern als Background für sich werben. Und warum soll man das nicht nutzen für sich selbst? Ich finde es nicht schlimm, ich finde es okay. Jetzt wird es mal ein bisschen aufkochen, aber danach wird es wieder verebben. Aber der hat keine Zukunft mehr hier.